Joho, und da bin ich wieder mit unserem chilligen Chili-Minecraft Das chillt mich richtig an hier Die Skelette sind schlecht, 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 schlecht Hör auf, trifft mich nicht Trifft mich nicht Trifft mich nicht Nein Oh scheiße, das sind zu viele Skelette, oder? Oh ne, Spinnen hasse ich ja, ne? Vielleicht macht er wieder seinen Battlesprung oder so Oh, die Spinnen sind ja gerade ganz schön schlecht Das muss ich verarschen Oh Oh, fuck Ich regge gar nicht mehr Wie schnell verliebt mir bitte schön Hunger, ey, das gibt's doch gar Voll übertrieben Voll übertrieben Oh, die Spinnen sind ja gerade lieb Ich dachte, die Spinnen sind nur am Tag lieb Hm Hm Okay, keine Ahnung Oh, noch ein Zombie, Alter Ich verfütter euch alle an meine Hunde Hülsen Cool Deswegen sind Zombies eigentlich auch sehr nützlich Hülsen 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 Oh, komm So Wir sind ja gar nicht so, nicht so weit Und Leute, wieder ein Ah ne, okay Ähm Pass mal auf, ich mach die alle fertig Jetzt passt auf Jetzt kommt Opa Hülsen Nein Nein Hülsen Hülsen Alter, wozu braucht man so ne Scheiße Okay, ist toll, kann's cool aussehen, wenn man's brennt, aber Das ist nur verschwendete Kohle Oh Außerdem ist es auch überhaupt kein Nervenkitzel, wenn man das findet, nicht so wie bei Diamanten Oh mein Gott, ich hab Diamanten gefunden Oh mein Gott, sie sind direkt über der Lava Ich hab Diamanten angeboten Ich bin in Lava gefallen Nein Ich hab keinen Bock mehr auf das Spiel Nein Bei Diorid ist es so Oh, ich hab die hier rot gefunden Das ist direkt in der Oberfläche, ich kann nicht in Lava fallen Ja, es ist einfach so Okay Äh Äh Ja Ja, was war das? Ähm Das war aber komisch Ne, aber ich bleib jetzt mal beim Thema, ne Also, also, mein Kluft war am Anfang so einfach Und jetzt kommt da irgendwie immer wieder neue Scheiße dazu Smaragde, find ich noch ganz cool Die sehr selten sind Ich find die überhaupt nicht so selten Also Keine Ahnung, also man findet die, find ich schon recht schnell Und, ähm, irgendwie Dieses Granit ist ja auch noch und Endes Height ist ja auch noch, ne Das ist doch völliger Und ich find das wenigstens selten Dann wär's ja noch Ein bisschen cool, wenn man das finden würde Aber es ist ja überall Das findet man ja in jedem Gebirge an der Oberfläche Scheiße Ja Und so, jetzt hab ich meinem ganz kurz meine Meinung dazu gesagt Und jetzt werde ich mich beim ganz kurz kleiner Buggy-Nutzer sein Ich werd jetzt diesen Bug ausnutzen und mich zu diesem Lavasee bauen So Ne, 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 ne Ich wollte eigentlich nicht direkt in die Mine Wahrscheinlich falle ich gleich in diesen Lavasee So bin ich halt, ich fall gerne mal in Lava Mit irgendwelchen guten Sachen Diamanten Oder so Oh yeah So, dann mach ich mal eben ganz kurz so und so Ich hab ja da noch Ein Eisen hab ich ja noch Aber ich baue mir einen Stein erstmal So Oh, ich hab vielleicht kein Holz mehr oder was Oh Das ist nicht sehr gut So Das wär auch nicht Das wär auch nicht sehr schlau gerade von mir, dass ich Ähm Eine Holzspitzhacke gebaut hab, oder? Ich hätte gleich Ich hätte meinem ganz kurz Eisen schmelzen sollen Das mach ich meinem ganz kurz Äh So Ach, wofür hab ich ja schon? Warum mach ich das denn nicht? Oh man ey Ah, hier ist noch Eisen, das hätte ich übersehen Okay Okay, wie bin ich nach oben? Kaum Crafting Table Ja, einfach gerade aus, weiter runter Okay Dann ganz kurz ein bisschen Kohle hier abbauen Ich vergesse immer Ich denke immer Wenn ich einmal Eisen abgebaut hab, hab ich genug Also äh Abgebaut hab, dann hab ich genug Weil ich baue irgendwie Immer ungehend Eisen, Kohle und so ab Weil das immer so Lange dauert, find ich Auch Kohle Das gibt's ja immer so viel auf einmal Weiß ich auch nicht Kohle müsste seltener sein Genau so wie Eisen Obwohl Eisen ist schon Na ja, Eisen geht voll, aber Ja, okay, Kohle eigentlich auch Aber Ha, keine Ahnung Ich will einfach gerade nur meckern Ja Ja So ähm Ich mach mir das hier schon wieder gemütlich Oder was mach ich hier gerade? Irgendwie schon Ich mach's mir immer gemütlich Wenn ich in der Höhle komm, baue ich mir irgendwie immer sofort einen Raum Aber der ist jetzt unsymmetrisch, deswegen mag ich den nicht Weil ich hier gerade Kohle abbaue So Sieben Eisen schon Das gibt's ja gar nicht So, und dann Zwei Sticks hab ich noch Insgesamt soll ich denn noch vier gleich Weil ich ja noch drei Holz hab Daraus kann ich noch ein bisschen Sticks machen Aber ich baue erstmal hier weiter Vielleicht finden wir ja gleich so Vielleicht finden wir ja gleich so Vielleicht finden wir ja gleich sofort äh Diamanten Das wäre ja natürlich äh Schön Sagen wir es so Sehr wirklich schön Das bin ich immer noch richtig? Joa Hoffe ich Komm dann auch da irgendwie an Können wir mal ganz gut zum Back kommen oder so Das wäre ganz gut so Ich würde gerne nochmal durch Steine gucken können Das ist zwar schön Ha Puh Hab ich noch was zu essen? Scheiße Nein Ich will nicht Okay, gut, ich merke mir diese Hülle Ich merke mir das So, wir sind jetzt schon ordentlich nach unten Der Ofen ist auch da Ist es immer noch Nacht? Nein, es regnet aber Das ist ja noch viel schöner Ei, ja, Granit Nein, ich hör auf Nein, ich baue das nicht ab Ich mach das nicht So Oh, soll ich da jetzt reingehen? Ich brauche aber was zu essen erst Dann gehe ich da liebend gerne rein Aber vorher brauche ich was zu essen Hm Wo kriege ich denn jetzt hier auf die schnelle Essen her? Ist sie noch irgendwie Ich könnte mir jetzt natürlich ein bisschen verrottertes Fleisch reinstopfen Aber das bringt mir auch nicht so viel Ich brauche Hühner Hühner töte ich gerne Ich ernäh mich Ich ernäh mich eigentlich Hauptsächlich vegetarisch Aber Döner Aber Hühner sind gut Hühner mag ich zu töten Weiß ich auch nicht warum Die sind so Hässlich, klein, dumm Habe ich eigentlich Nee, angeln Ich könnte mir jetzt eine Angel bauen Ich habe aber auch schon einen Bogen Was habe ich denn schon alles, ey? War das früher schwerer? Minecraft war früher schwerer, oder? Irgendwie Boah Boah, ich glaube mal So, ich glaube aber auch, dass ich jetzt Ich gehe da jetzt rein, ne? Ich habe kein Essen Kopfschule bitte, sei nicht vergiftet Hör doch auf Ich brauche Essen, ne? Ich weiß, man sollte nicht laufen Jetzt aber auch egal Ich habe immer noch Steinschwert Muss ich jetzt wirklich Tiere töten? Wie viel, wie viel, wie viel habe ich noch? Aha Jetzt habe ich weniger Hunger, ey Auch immer toll, oh scheiße Egal, ich muss jetzt Tiere töten Oder Pilze Das ist natürlich auch eine Möglichkeit Boah, ich hasse diese Diese hier Biom Das, der Biom ist richtig scheiße Das ist ein Kack-Biom Aber warte mal, da unten waren rote Pilze, oder? Wir machen uns einfach Pilz zuppen Genial Ich baue vorher ein bisschen Holz ab Drei Monate Holzklopfen Cool So, habe ich eigentlich schon immer in der Tage geguckt Ja, ich dachte, das gibt jetzt auch noch Na, ich liebe es Oh, dramatische Musik Hör auf Was ist das? Das ist doch hier Fichtenholz, aber kein Schneegebiet, ne? Warte ich aber nicht, dass das Ne, ne Finde ich nicht cool Sagt mir jetzt nichts Okay, gut, wir müssen jetzt gucken Dass da unten nicht allzu viele Zombies oder so sind Also ich dachte, man kann das brennen Also man muss das schmelzen Was ist das denn für ein Scheiß? Boah Habe ich mir das nicht schon einmal gebaut? Egal Ja, habe ich So, dann baue ich mir mal ganz kurz So Acht davon Wo ist jetzt das Skelett? Wo ist jetzt das Skelett? Okay, das Skelett habe ich schon mal down Nein, nein, nein Hm Scheiße Waren da nicht irgendwo rote Pilze? Okay, ich baue mich jetzt hier kurz ein Irgendwie Muss das gehen Wo ist denn jetzt hier noch ein Zombie? Scheiße Was? Ach, hör doch auf Wieso kommen die immer alle hier hin? Das ist ja ganz nett von denen Nein Nein Ach du Scheiße, Alter Hör doch auf Komm So, ich bin grad voll ruhig Haha So, eine zwei rote Pilze Das ist ein Meer Nein Okay Okay War das grad ein Enderman? Sag mir das nicht, das war ein Enderman Ich glaub, das war kein Enderman Nein, das war kein Enderman Okay, okay Puh, ich hab mich hier jetzt fett eingebunkert Jetzt baue ich mir ganz kurz eine Treppe hoch und ich glaube, danach muss ich langsam mal die Folge beenden Habe ich so ganz bisschen das Gefühl Habe ich so ganz bisschen das Gefühl Das tue ich jetzt auch Dann baue ich mir mal eben ganz kurz gleich an meinem Crafting Table eine Suppe, weil das könnten wir jetzt auch schon machen, ne? So, und so war das glaube ich So 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 Das Also wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, bei dieser Hülentour